Herzlich willkommen im Fleischereifachgeschäft Tepas. Seit über 85 Jahren sind wir ein Familienbetrieb, bei dem persönliche Bedienung und Beratung großgeschrieben wird. Manche Dinge ändern sich eben nie. Unser Name steht für beste Fleisch- und Wurstwaren. So haben wir es uns auch im Buffetservice zur Aufgabe gemacht, nur beste Qualitäten zu angemessenen und fairen Preisen anzubieten. Vom Aufschnitt zum Frühstück, über die Grillfete und das Familienfest bis zur Großveranstaltung sind wir ihr zuverlässiger Partner für das leibliche Wohl. Als letzter handwerklicher Schlachtbetrieb in Wesel können wir ihnen heimisches Schweine- und Rindfleisch anbieten. Die Herkunft der Tiere spielt eine entscheidende Rolle in unserer Fleischerei. Ausgewählte regionale Handelspartner und kürzeste Wege zu unseren Landwirten sowie ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Tier spiegeln unsere Philosophie wieder. Als F-Markenbetrieb haben wir uns besonderen Auflagen verpflichtet, um ihnen als Kunden nur qualitativ hochwertige Produkte anzubieten. Für das entgegengebrachte Vertrauen in den vergangenen Jahren möchten wir uns bei unserer Kundschaft sehr herzlich bedanken und dieses natürlich auch in Zukunft bewahren. Besuchen Sie uns im Internet oder direkt in unserem Laden. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Bis bald! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!